So was geht ab liebe Freunde, mein Name ist Dennis. Willkommen zu einem Kurzvideo. Ich möchte euch erzählen, dass zum Thema Hinterkaifend mir ein paar neue Ideen eingefallen sind. Und zwar ich möchte gerne mit euch ein bisschen was über diesen Hof und vielleicht später auch über die Leichen ein bisschen was erzählen. Ich möchte euch erzählen, wie der Hof so aufgebaut war, wer wo Wangen gelebt hat, also wo er seinen Schlafplatz hatte zum Beispiel, wo der ganze Stahl war, wo die Tiere waren und so weiter, das will ich euch